Wenn jemand auf Reisen ist und er logiert in einem Hotel, ist die Alaha, dass er dort anzünden soll, wo er gewöhnlich schläft, wenn das möglich ist. Das heißt, man muss beim Hotelpersonal nachfragen, wenn es ein Zimmer ist und man Feuer machen kann, ist das ideal, in seinem eigenen Zimmer zu zünden. Ist das jedoch nicht möglich, kann man das Hotelpersonal bitten, in einem Ort zu zünden, wo man isst. Das ist der zweitbeste Ort, dass er dort die Kerzen zünden kann. Jedenfalls aber, wenn man auf Reisen ist in einem Hotel, besteht weiterhin die Pflicht der Chanukka-Kerzen.